hey leute ich habe ja gestern schon ein video oder vorgestern aufgenommen ja ok also ab morgen kommt die Nintendo Switch ich werde das nochmal sagen und ja wir haben mich gefragt wieviel verdienst du wenn du jetzt Rentner bist habe ich das schon hat erklärt das schreibe ich nachher aber auch wenn ich es hochladen und ja es ist so ein scheiß mit diesem Virus sorry ich habe ein bisschen Lust und es ist auch ein bisschen war ja manche Flaschen sind extrem scheiße um aufmachen ja und das ist aber blöd grad bei diesem Corona Virus 19 kann ich auch grad nicht viel machen also das Let's Play wird das wird erstmal ich tun morgen meine Nintendo Switch auf jeden Fall unboxing würde ich auf jeden Fall hochladen aber wahrscheinlich nicht um eins oder so rum oder nicht zwei für eins vielleicht bisschen später vielleicht bis sechs oder sieben und wenn es klappt dann ja weil ich habe am Montag habe ich nur was gebracht ähm und den Tisch geputzt und meinen Stuhl Dienstag habe ich Staub gesaugt gestern habe ich Fenster geputzt und heute habe ich Boden gewischt in meinem in meinem in meinem kompletten wohnen heute also gestern nicht heute weil freitags arbeite ich gar nicht und ja dieser Wirbel und diese Anna-Ellen müssten eigentlich aufhören der kommt mir ein bisschen komisch vor die beiden also der labert irgendwelche scheiße was weiß ich er hat keine Ahnung von den Kombis von Yu-Gi-Oh! oder überhaupt gar nichts also Leute haut rein habt ein schönes Wochenende Kevin 62,2,60 Zwei Falles ich bin im Ruhestand seit acht Tagen hab euch lieb passt auf euch tschüss jetzt hier mein Vielen Dank.